Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 20. bis 26. August 2018. Es kam in letzter Zeit weniger Content hier auf den Kanal. Das hat den Grund von Urlaub bzw. Hitzetagen, die ich mir einfach mal freigenommen habe von YouTube, weil ich auch beruflich und freizeitlich ein bisschen was anderes gemacht habe. Jetzt bin ich aber wieder zurück und kann euch gleich die neuesten Informationen der letzten Monate bzw. der nächsten Woche liefern. Vorerst ein paar Informationen zur Dürre diesen Jahr. Ich habe mich nämlich mal ein bisschen informiert und würde euch jetzt mal ein bisschen was zeigen, was Grafiken angeht und die ein bisschen dazu erläutern. Wenn ich hier irgendwas falsch erkläre und mir ein paar Informationen fehlen sollten, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich lerne gerne dazu. Kein Mensch ist perfekt, jeder kann einen Fehler machen. Die erste Grafik zeigt die Fläche unter Dürre stehender Bereiche in Deutschland, prozentual gesehen auf die komplette Fläche Deutschlands und zeigt hier von Anfang des Jahres Januar bis jetzt August. Was man daran sehen kann, sind die dunkelroten und roten Flächen. Die sind nämlich bis zum August um 30 bis 40 Prozent, teilweise sogar jetzt schon 50 Prozent. Das sehen wir auch in den nächsten Grafiken. Ich fange aber mal beim Mai an. Da ging ja die Wärmeperiode quasi los. Der April war noch recht warm, im Gegensatz zum März, der ziemlich nass und kalt war. Und hier kann man schon sehen, dass sich die Dürregebiete langsam formten, gerade auch im Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Bayern, wo die ersten roten Stellen zu sehen waren. Das ist der Stand Mai 2018. Wir gehen mal zum Juni 2018 und da hatten wir schon ein paar Wochen 30 Grad. Man sieht es auch Anfang Juni ist die Trockenheit schon ziemlich ausgeweitet, gerade was den Süden und Osten Bayerns anbelangt, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Teilen von Südniedersachsen. Wenn wir das jetzt noch mal weiter spinnen für den Juli, sieht man, dass sich die Lage im Gegensatz zum Vormonat im Süden Deutschland etwas gebessert hat, aber dennoch extrem ist und die Lage in Mitteldeutschland und Norddeutschland sich dramatisch verändert hat. Die aktuellen Bedingungen dazu tut diese Grafik ausdrücken. Das ist jetzt 2018 vom Stand 17. Juli, also noch mal 16 Tage weiter als die vorherige Grafik. Diese zeigt auf dem linken Bild die Dürre im Oberboden bis zu einer Tiefe von 25 cm auch ablesbar, steht ja alles da. Und die Bereiche, die ihr hier farbig markiert seht, in der mittlersten und linken Grafik sind einmal die weißen Gebiete, die quasi nicht von der Dürre betroffen sind. Die hellgelben Bilde sind ungewöhnlich trocken, gefolgt von der moderaten Dürre, der schweren, extremen, außergewöhnlichen Dürre. Und die Bereiche der extremen und außergewöhnlichen Dürre sind dieses Jahr auf jeden Fall ziemlich oft vorhanden. Die rechte Grafik zeigt die Waldbrandgefahr und man sieht auch den ausgeprägten Bereich Mitteldeutschland bis hoch nach Norddeutschland. Vor allem Sachsen-Anhalt ist dabei betroffen und Brandenburg. Aber man sieht auch, dass in Bayern und Baden-Württemberg, im Südhessen und Rheinland-Pfalz eine starke Waldbrandgefahr besteht. Dann habe ich mir auch noch mal zum Vergleich die Temperaturanomalie rausgenommen. Das besagt quasi alle Temperaturen in den Jahren 1881 bis heute, quasi der Mittelwert des Jahres. Angegeben in Grad Kelvin und das ist die Abweichung zum Mittelwert. Das heißt, auf der linken Seite seht ihr 0 Kelvin, 1 Kelvin, 2 Kelvin, 3 Kelvin. Das sind quasi die Abweichungen. Und wenn man da jetzt mal so guckt, hat man ja ab 2000 bis 2018 kein Bereich Blau. Da sieht man auch, dass sich langsam die Temperaturen wärmer verhalten. Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Wetter. Ihr seht, es bleibt warm. 20 bis 28 Grad und am Mittwoch 31 Grad. Im zweiten Wochenteiler wird es noch ein wenig heißer werden. Aber ich komme mal zur Zusammenfassung. Am Montag ziehen am Vormittag von der Nordsee her dichtere Wolken mit vereinzelten Schauern ins Land. Am Oberrhein bis nach Prag bleibt es meist sonnig bis heiter bei 28 Grad. An den Küsten werden 20 bis 24 Grad erreicht. Am Alpenrand und Südbayern sind vereinzelt Gewitter möglich. In der Mitte bleibt es teils bewölkt mit vereinzelten Schauern bei 22 bis 26 Grad. Am Dienstag bleibt es bei 22 bis 25 Grad in der Mitte des Landes teils bewölkt und schaurig. Meist sind aber nur 1 bis 5 Millimeter Niederschlag zu erwarten. Im Erzgebirge wird es höchstens 20 Grad. Im Norden und Osten beim meist wolkenlosen Himmel werden 26 bis 28 Grad erreicht. Der Mittwoch wird ein Stückchen wärmer. Am Oberrhein werden 29 bis 31 Grad erwartet. Dabei ist das Gewitterrisiko im Süden und der Mitte des Landes am höchsten. Es bleibt weitergehend wolkig. Im Rest des Landes werden 24 bis 28 Grad erreicht. Die Aussichten. Am Donnerstag beginnt es meist klar. Am frühen Nachmittag steigt das Gewitterrisiko an. Im Alpenvorland ist es bei 24 Grad am frischesten. 31 Grad werden am Oberrhein erwartet. 25 bis 28 im Rest des Landes. Im Raum Hamburg und Berlin werden um die 30 Grad erwartet. Am Abend zieht eine Kalttonne von der Nordsee Richtung Südosten ins Land. Dabei treten Sturmböen, starke bis markante Gewitter und Starkregen auf. Am Freitag zieht die Front Richtung Tschechien ab. Dabei werden am Anfang im Osten bis zu 33 Grad erwartet. Im Süden bis 27 Grad. Im Nordwesten des Landes fallen bei maximal 13 bis 18 Grad größere Regen. Hier bleibt es auch etwas frischer. Bis zum Abend erreicht die Kaltfront den Süden und den Osten des Landes. Im Süden, vor allem in Bayern, sind Überschwemmungen zu erwarten. Am Samstag ist es von Baden-Württemberg bis zur Ostsee stark bewölkt. Örtlich fallen im Norden Schauer. Sonst ist es bei 11 bis 19 Grad sehr regnerisch. Im Süden bei 7 bis 13 Grad verläuft sich der Tag auch ziemlich regnerisch. Die Lage verschärft sich dort auch. Es kann weitergehend zu Überschwemmungen kommen. Im Nordwesten ist es bei bis zu 18 Grad an den Küsten und 20 Grad im Ruhrgebiet noch angenehm. Dort sind nur leichte Schauer zu erwarten. Im langfristigen Trend wird dieser Regen, der im zweiten Teil dieser Woche zu erwarten ist, nicht reichen, den Boden zu sättigen. Das bedeutet folgendes. Nach dieser kurzen Kälteperiode von 7 bis 24 Grad nächstes Wochenende wird es wieder trockener werden. Die Temperaturen steigen wieder an. Das bedeutet, dass in der Kalenderwoche 35 die meisten Regionen, wo 20 bis 50 Liter pro Quadratmeter, was bis jetzt so erwartet wird, fallen werden, dass diese wieder allmählich verdunsten und dass die Dürre weitergeführt wird. Ob die Dürre durch einen nassen Herbst wieder zunichte gemacht wird, das lässt sich nur erhoffen. Wir hoffen auf jeden Fall das Beste. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Start in die neue Woche. Ich bin Cedric Esos vom Süd-Esmoradischen Fernsehen und wünsche euch noch einen schönen Tag.